Was hast du in meinem Büro gefunden, Fahrer? Äh, nichts. Muss wohl ein Tier gewesen sein, das den Alarm ausgelöst hat. Ein störrisches Zudem. Oh, schon wieder? Du solltest doch keine Karotten da drin lagern, du Idiot! Keine Sorge, niemand weiß, dass du für Winnie Pabalado arbeitest. Fantastisch! Was? Du warst an meinen Unterlagen! Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Aber wow, Winnie Pabalado ist ja ein echt schlimmer Finger. Kann schon sein. Aber im Gegensatz zu mir, braust er schnell mal auf. Was? Ich habe ein sehr sanftes Gemüt! Du bist gefeuert! Außerdem traut er niemandem. Besonders seit seine rechte Hand, Mo, eingebuchtet wurde. Winnie wäre sicher dankbar, wenn ihm da jemand aus der Patsche helfen würde. Allerdings! Du könntest einen Gefangenentransporter klauen und Mo dann vor dem Gericht einsammeln, wo heute seine Verhandlung stattfindet. Warte mal! Willst du dich etwa seiner Truppe anschließen? Du bist mein Fahrer! Nicht mehr lange. Wenn ich Mo rausboxe, könnte mir das den Weg in Winnies Gang ebnen und mich etwas näher an Rex ranbringen. Hey Chase, wie kann ich helfen? Was weißt du über Winnie Pabalados rechte Hand? Mo de Luca? Er ist eigentlich gar kein Krimineller, sondern nur Winnies Cousin. Weshalb steht er dann vor Gericht? Lass mich nachsehen. Wow, 412 unbezahlte Strafzettel! Ein paar Knöllchen? Dann wäre es also nicht so schlimm, wenn er nicht eingebuchtet würde. Was hast du vor, Chase? John arbeitet für Winnie und der wiederum arbeitet für Rex. Da bin ich mir sicher. Aber um an Winnie ranzukommen, muss ich sein Vertrauen gewinnen. Indem du Mo de Luca rausboxst? Wenn das mal kein Ärger gibt. Das ist meine einzige Spur. Kann ich mir hier irgendwo einen Gefangenentransporter borgen? Hm, frag mal Chuck. Du findest ihn hinter der Polizeistation. Ich sag ihm Bescheid. Das gibt mit Sicherheit eine Beule. Deine Spur undfordragerung. Ich hoffe, Nick, ist gut. Das war's für heute. So entspannen. 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 Ich bin schon wieder Urlaubswerk. Ich bin nicht ausgetauert. Ich bin nicht ausgetaucht. 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 Oh, okay. Das war's für heute. 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 Oh! Das war's für heute. Hey! 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Was ist das? Noch zwei Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ich mache das schon seit Monaten. Aber meine Arme werden nicht muskulöser. Wie kann das nur sein? Los, steigt euch mir an! Das ist ja schlimmer als Sportunterricht in der Schule. Das ist ja schlimmer als Sportunterricht. Was? Bis wir die Kamera wiederfinden, sollen wir die Gesichter der Leute für Fahndungsfotos protokopieren? Na, dann. Hoffentlich bemerkt der Chief, wie schön ich die Haare heute hab. Dann hätte sich die Kahlrasur letzte Woche ja gelohnt.